ein mercedes benz a 180 steht hier zum verkauf fünf personen haben in dem weißen fünftürer platz der kilometerstand des autos liegt bei weniger als 21.000 km die erstanmeldung war die limousine besitzt zahlreiche ausstattungsdetails wie esp xenon scheinwerfer einpack hilfe bluetooth tempomat und vieles mehr unter der haube gibt der sparsame benziner eine leistung von 122 ps an ein automatikgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei nur 5,3 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne näher ein